Sie rennen im Schweinsgalopp über die Wiese, wühlen den halben Tag im Dreck und fühlen sich einfach sauvohl. Die Schweine auf der Tierfabrik in Hombergshausen führen ein Leben wie im Paradies. Auf dem Bauernhof von Ackerbauer Hubertus Nägel und Julia Becker steht das Wohl der Tiere im Vordergrund. Deshalb leben die Schweine hier nicht in einer dunklen Mastanlage, sondern auf der Wiese. Die 4 Hektar große Fläche, das ist etwa so groß wie 6 Fußballfelder, teilen sich die 70 Schweine mit einigen Schafen und Ziegen und auch mit 60 Hühnern. Der Hühnerstall ist ein ausrangierter Wohnwagen. Normalerweise werden Schweine bereits mit 4 Monaten geschlachtet, auf der Tierfabrik verbringen die Ringelschwänze 10 bis 15 Monate, bis sie zu Ahler Wurst verarbeitet werden. Aber bis dahin lassen es sich die Schweine so richtig gut gehen.